Wenn der Schnee dann im Winter einmal überhand nimmt und man größere Flächen von diesem befreien möchte, dann tut man das am besten mit Benzin-Schneekehrmaschinen. In diesem Video möchten wir euch deshalb mal die drei besten Schneekehrmaschinen von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Leistungsklassen vorstellen. So sollte was passendes für euch und eure Ansprüche dabei sein. Alle drei Modelle werden wir hier mit den wichtigsten Funktionen vorstellen. Wenn ihr euch nach dem Video aber selbst noch genauer zu den Geräten informieren oder euren Favoriten sofort bestellen möchtet, dann könnt ihr das am schnellsten über die Links in der Videobeschreibung tun. Dort sind alle Modelle der Reihenfolge nach verlinkt. Lasst uns nun aber gleich mit dem eigentlichen Video und auch schon der ersten Benzin-Kermaschine aus der Einsteigerklasse starten. Vorstellen möchten wir euch hier die beliebte Texas Handy Sweep 690 TG. Es handelt sich um einen benzinbetriebenen Motorbesen, welcher auch im Lieferumfang mit einem großen Schneeschieber kommt. Ausgestattet ist das Modell mit einem kräftigen 4000 Watt Viertakt Benzinmotor mit 212 Kubikmetern Hubraum. Eine Leistung, die hier mit drei verschiedenen Gängen eingestellt werden kann, ein 1 kmh, 2,1 kmh und 4,3 kmh Modus. Auch ein zusätzlicher Rückwärtsgang ist hier auszuwählen und in Kombination mit dem großen, auch höhenverstellbaren Führungsgriff hat man das Modell damit immer sicher in der Hand. Vor allem auch bei höherem Schneefall hat man so immer die Kontrolle und kann den Schnee hier durch die 60 cm breite und auch in drei Positionen schwenkbare Reinigungsbürste sowie auch mithilfe des Schneeschiebers extrem schnell räumen. Dabei helfen vor allem auch die großen Transporträder, mit denen man das Modell nicht nur einfach über den Schnee bewegt, sondern auch generell sehr einfach transportieren und verstauen kann. Das Modell ist aber nicht nur im Winter bei Schnee, sondern auch bei anderen Kehr- und Räumarbeiten einsetzbar. Man kann ihn sowohl auf Asphalt, Beton, Fliesen sowie auch Verbundsteinen oder Rasen einsetzen. Zudem kommt das Modell inklusive Sammelbehälter zum Auffangen von Kergut, das ist vor allem im Herbst bei den Herbstblättern relevant und auch einer LED-Arbeitsleuchte, mit der man in der Dunkelheit immer alles im Blick hat. Ein echt starkes Modell mit starken Eigenschaften und Funktionen und einer super Leistung sowie, wie gesagt, dem günstigsten Preis im Vergleich. Wenn ihr auf der Suche nach so einem kompakten, aber trotzdem sehr leistungsstarken Benzinschneeräumer wie dem Texas-Modell wart, dann könnt ihr euch nun über den ersten Link in der Videobeschreibung noch genauer zum Modell informieren oder dieses Gerät, wie gesagt, auch sofort bestellen. Beim nächsten Modell, das wir euch vorstellen wollen, handelt es sich um den Hecht 9661 SE. Diese Benzinschneefräse wurde auch speziell für diesen Einsatz, also fürs Schneeräumen, entwickelt. Es handelt sich hier nicht um eine Multifunktions-Kermaschine, sondern wie gesagt um eine reine Schneefräse. Das Modell kommt mit 4500 Watt Leistung bzw. 6,5 PS und auch einer gleichzeitigen Schnee-Auswurf-Funktion. Die kraftvolle Fräse kommt mit einer Räumbreite von 61 cm sowie einer E-Start-Funktion. Durch den Auswurfschacht kann der Schnee dann bis zu 13 Meter nach der Aufnahme in eine gewünschte Richtung geschleudert werden. Das vordere Fräswerk bricht dabei die Schneeoberfläche auf und leitet den Schnee an das dahinterliegende Wurfrad weiter, wobei es danach, wie gesagt, durch den Auswurfkamin ausgeworfen wird. Durch die hohe Wurfweite dieses Kamins lassen sich auch insbesondere größere Flächen von Schnee befreien, ohne diesen erneut aufnehmen zu müssen. Für ein leichtes und schnelles Arbeiten besitzt die Hecht-Schneefräse einen zuschaltbaren Radantrieb sowie, wie gesagt, den kräftigen Viertaktmotor, der sich zuverlässig per Seilzugstarter in Betrieb nehmen lässt. Die Bedienung wird auch durch die großen Transporträder, das Arbeitslicht, die Gangschaltung und den verstellbaren Haltegriff erleichtert. Wer also auf der Suche nach einem leistungsstarken Schneeräumer ist, der den Schnee nicht nur zur Seite schiebt, sondern auch gleich sehr weit wegwerfen kann, der ist mit der Hecht-Schneefräse am besten aufgehoben. Wie gesagt, nicht eine reine Kehrmaschine, sondern eine wirklich extra für den Schnee konzipierte Schneefräse. Wenn ihr auf der Suche nach genau so einem Modell wart, dann könnt ihr euch nun über den zweiten Link in der Videobeschreibung zum Modell informieren und diese Schneefräse direkt bestellen. Mit 4,6 von 5 Sternen wurde das Modell außerordentlich gut von den Kunden bewertet, wobei die Kunden immer wieder die hohe Wertigkeit und das Top-Preis-Leistungsverhältnis hervorheben. Bleibt aber auch gerne noch dran, denn als drittes und letztes möchten wir euch das Premium-Modell vorstellen. Es handelt sich hier um die Benzin-Kehrmaschine DQ-KM1000E von Denkubar. Wieder also eine Kehrmaschine wie das Texas-Modell mit allerdings einer wesentlich höheren Kehrbreite von 100 cm. Und diese ist es auch, die hier das Alleinstellungsmerkmal der Kehrmaschine ist und dafür sorgt, dass es die beste Schneeräummaschine aus der Premium-Klasse darstellt. Der Motor ist mit 5 PS bzw. 3600 Watt und den Viertakt ausreichend stark, um die Kehrbürste auf bis zu 350 Umdrehungen pro Minute zu bringen. Diese ist auch in fünf Stufen einstellbar und so kann man auswählen, wie schnell sich das Modell bewegen soll, was man natürlich an der zukehrenden Schneemenge festmacht. Die Kehrbürste ist auch noch im Kehrwinkel von und bis zu 25 Grad in den Seiten einstellbar. Dies ermöglicht ein flexibles Arbeiten und sorgt dafür, dass man mit der Denkubar Kehrmaschine geschwind und effektiv in jeden noch so kleinen Winkel herankommt und auch seine Richtung sehr schnell ändern kann. Das alles kann man auch über den verstellbaren Führungsholm vornehmen. Über diesen und mit den hochwertigen Rädern mit Radantrieb hat man das Modell jederzeit sehr, sehr gut im Griff. Auch verstellbar ist die Kehrbürste. Diese kann man nicht nur in der Drehzahl regulieren, sondern auch in der Höhe verstellen, was das Gerät auch noch für unterschiedlichste Anforderungen extrem gut geeignet macht. Vor allem durch den Schneeschieberaufsatz mit ebenfalls 100 cm Breite hat man hier die Schneeräumarbeiten im Nu erledigt und kann das Modell dann auch beispielsweise im Herbst zum Laubentfernen wiederverwenden. Eine echt starke Benzin-Kehrmaschine mit, noch einmal zusammengefasst, vor allem sehr, sehr hoher Kehrbreite von einem Meter, einem Elektrostarter und vielen Einstellmöglichkeiten. Sowohl bei der Bürstendrehzahl als auch beim Radantrieb und der Höhe vom Führungsholm und der Reinigungswalze. All diese Sachen sind hier einstell- und an die unterschiedlichen Anforderungen anpassbar. Clevere Details also, die die Denkubar Kehrmaschine abrunden. Wer auf der Suche nach vor allem einer sehr, sehr hohen Reinigungsbreite, einer starken Leistung und Qualität ist, der kann sich nun über den dritten Link in der Videobeschreibung nochmal genauer zur Denkubar umschauen. Dort findet ihr alle weiteren Infos zu dem Modell, könnt euch einige der Kundenbewertungen durchlesen und auch diese Benzin-Kehrmaschine direkt zu euch nach Hause bestellen.